AfD-Politikerin Beatrix von Storch wurde mit Fäkalien, ihr habt richtig gehört, wirklich Exkrementen, von wem auch immer, einem Tier oder einem Menschen beschmiert. Leute, was hier mittlerweile in diesem Land abgeht, ist wirklich nicht mehr erträglich. Grünen-Politikerin wurde, ja gerade auch, habe ich ein Video darüber gemacht, mit einem Drohbrief beschrieben, also ein Drohbrief wurde ihr zugeschickt und zugleich war dort eine tote Maus drin. Was hier mittlerweile wirklich passiert, ist sowas von abstoßend, sowas von irrational, das passt alles nicht mehr zusammen. Damit Moin zusammen, wenn ihr kritischen Content mögt, seid ihr hier genau richtig, mein Name ist Olli, wir gucken direkt rein und verschiedene Medien, das muss man erstmal lassen, haben die Nachricht aufgefasst und man sieht es aber nicht auf den Titelseiten. Das kann man denen anlasten, wie ich persönlich finde, denn gerade die Nachricht um die Grünen-Politikerin habe ich auf der einen oder anderen Titelseite gesehen. Die Nachricht über die AfD-Politikerin muss man schon ein bisschen gezielter suchen. Per Ex, also ehemalig Twitter, findet man das Ganze oder wenn man gezielt danach sucht, davon weiß, dann findet man so eine Nachricht auch. Interessant ist dazu aber auch, wenn man bei der Welt guckt, ist das Ganze hier nicht kommentierbar, beziehungsweise man kann kommentieren, aber wenn man einen Kommentar abgibt, bislang ist mein Kommentar dazu nicht erschienen. Ein Schelm, wer böses dabei denkt, als ob nach, ich nehme das Video jetzt hier am Abend auf, nach fast sieben Stunden kein einziger Kommentar abgegeben worden wäre. Gerade zu einem solch polarisierenden Thema. Aber gut, gehen wir mal davon aus, keiner hat was dazu zu sagen, dann schreibt ihr es jetzt hier in die Kommentare. Wie ist das Ganze abgelaufen? Die Frau Beatrix von Storch hat sich mittlerweile per Ex auch selber dazu geäußert und gemeldet und gesagt, es wäre eine ganz schlimme Erfahrung. So ungefähr drückte sie sich aus, wird sich aber nicht davon einschüchtern lassen. Im Gegenteil, jetzt erst recht weiterhin ihre Meinung kundtun und sagen. Und das Ganze ist passiert, wie wir hier in dem Artikel dann auch lesen können. Oder können auch hier, JUTZDF, öffentlich-rechtlich, wenn wir schon den Wachsinn bezahlen, dann nutzen wir das jetzt nämlich auch mal. Und dann geht es nämlich hier um einen 35-jährigen Mann und auch so absolut frech, so super dreist, ist hingegangen und hat erst mal angegeben, ja, ich würde ganz gerne ein Foto machen. Ist dann irgendwie neben mir und ich kann die Situation mir gar nicht richtig vorstellen. Wo hat er den Code dann hergenommen? Hat er sich hinten in die Hose gepackt? Hat er vielleicht eine Windel angehabt, wo er es drin gehabt hat? In der Hosentasche, in der Tasche sonst wie? Da würde ich gerne mal ein paar Details wissen. Also, das ist so unsäglich. Nimmt seine Hand auf jeden Fall und beschmiert die Dame dann. Wo auch immer, ob es da war, im Gesicht, am Kopf, am Arm oder sonst was. Also wirklich die unterste Schiene, was hier passiert. Eine dreistere Entwürdigung gibt es ja wohl kaum. Also, das muss man ja wirklich nochmal so klar sagen, das ist schon sehr, sehr krass, was hier abgeht. Wenn wir uns das weiterhin hier angucken, ja, die Polizei hat, weil das war auf einer Veranstaltung in Rheinland-Pfalz, das hatte ich noch nicht gesagt, da ist das nämlich hier mit Hundefäkalien, heißt es hier sogar. Okay, das hatte ich in dem Weltartikel nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall am Freitagabend in Daun, in der Vulkaneifel, wie es hier heißt, ist das Ganze passiert. Und ja, es gibt jetzt Ermittlungen, die sind eingeleitet worden. Der 35-Jährige wurde von der Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen. Das ist auch gut und richtig so. Leute, 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 egal von welcher Partei, welcher Couleur man ist, so was geht nicht. Genau das Gleiche habe ich auch gesagt bei der grünen Abgeordneten, die diesen Drohbrief bekommen hat mit dem toten Tier da drin. Und das geht zu weit. Diese Hemmschwelle des Unsäglichen, des Unerträglichen ist einfach so massiv gesunken, das ist wirklich schon ganz, ganz abstoßend, was hier ist. Und die Frau von Storch hat sich auch so geäußert, das war wirklich ekelhaft, sagte sie. Das kann ich absolut nachvollziehen, das glaube ich, dass das wirklich absolut abstoßend und widerwärtig vom Allerfeinsten gewesen sein muss, Leute. Bei der Bild habe ich auch noch einen Bericht darüber gefunden. Bild sprach bekanntlich zuerst mit dem Blablabla, man kennt das. Sehen wir nämlich auch noch mal ein paar Bilder dazu. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen, heißt es hier. Und da sieht man nämlich, wie er dann am Boden liegt und erkennungsdienstlich behandelt wird, folgt dann gleich. 120 Demonstranten mit, hier Demonstrationen mit 120 Teilnehmern, so ist es richtig und so weiter. Ansonsten, ja, was soll man dazu noch großartig sagen? Es geht einfach zu weit, was hier mittlerweile wirklich als in Anführungsstrichen normal erachtet wird. Ein Foto vom SWR zeigt auch noch, dass der Mann vorbereitet war. Er hatte Handschuhe an und, ne, hier sieht man dann die Kotflecken dann auch noch auf dem Zettel und dann steht es hier auch noch drauf. Das Wort spreche ich hier im Kanal nicht aus. Punkt, 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 wem, Punkt, Punkt, gebührt. Ja, ganz großes Kino, ganz tolle Nummer. Was soll man dazu noch großartig sagen? Es ist wirklich abstoßend. Einfach nur abstoßend. Erinnert nämlich auch hier an den Fall im Februar 2016, wenn sich einige von euch erkennen, denn erinnern von Beatrix von Storff, da bewarf sie nämlich ein als Clown verkleideter Mann, erinnere ich mich dunkel auch noch dran, mit einer Torte von Storff. Sie nahm damals an einer nichtöffentlichen Sitzung ihrer Partei teil, als zwei verkleidete Männer in den Raum betraten. Einer von ihnen sang Happy Birthday und warf ihr die Sahnetorte ins Gesicht, während der andere die Aktion filmte. Und das ist halt wirklich so eine Besonderheit, dass man versucht, das Ganze dann natürlich auch noch medial auszuschlachten. Boah, krass, ja, da kriegst du noch drei Likes für, da bist du dann der Larry oder bist dann der Beste, der da jemals irgendeinen Quatsch gemacht hat in der Veranstaltung, so torpediert hat und eine Person so vorgeführt hat, also wirklich ganz, ganz krass. Aber ich glaube ja, das rührt ja aus gewissen Gründen. Zum Beispiel, dass wir jetzt, wenn wir uns hier bei der WUM die aktuellen Umfragewerte für die verschiedenen Bundesländer hier beispielsweise mal angucken, sehen wir hier Hessen und sehen Bayern, dass hier in Bayern beispielsweise die AfD auf dem Platz zwei ist, sorry, auf dem Platz drei, je nachdem, welche Umfrage man sich anguckt, kommt sie auch auf den Platz zwei. Ich habe ein Video dazu gemacht. Dann sehen wir das Ganze, dass sie in Hessen ja auch relativ stark ist mit 15 Prozent. Wenn wir uns das Ganze bei der Bundestagswahlmöglichkeit angucken, sehen wir es hier, ist sie ebenfalls auf Platz zwei aktuell und das bei Allensbach geteilt mit SPD. Das ist halt schon von dem Umfragekonzept her nochmal ein bisschen was anderes. Und wenn wir uns bei Wahlrecht.de das Ganze nämlich auch nochmal angucken, sehen wir jetzt hier, wir haben den 26., wo ich das Video aufnehme, bei Insa, sehen wir, dass die AfD hier bei 21 steht, SPD nur bei der 18 Prozent. Das ist ja, was ich sage, je nachdem, wo gefragt wird, sieht das Ganze immer ein bisschen anders aus. Das sehen wir dann hier nämlich wieder. Und eine deutlich geschwächte Grüne wäre extrem zu sagen, aber nichtsdestotrotz bei 14 Prozent festgeklebte, festgeklebt, ihr wisst, was ich meine, Partei der Grünen. Und da geht offensichtlich einigen die Düse, denen das nicht gefällt, dass die verschiedenen Politiker der Alternative offensichtlich zahlreiche kritische Themen ansprechen und auch Lösungen dafür vorstellen, weil es so nicht weitergehen soll. Ja, Leute, ich, nochmal, ich distanziere mich von jeglicher solcher Gewalt und solchen Vorkommnissen absolut. Sowas muss definitiv strafrechtlich verfolgt werden. Und da müssen auch so hohe Strafen kommen, dass sie wirklich sehr, sehr abschreckend wirken, sodass keiner auf die Idee kommt, so etwas demgleich zu setzen. Schreibt eure Meinung dazu rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr dann sauer seid. Bis zum nächsten und ciao.